Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, mein Name ist Marc und hier dreht sich heute alles um die Frage, welche Bluetooth-Lautsprecher nutzen Technik-YouTuber in ihrer Freizeit. Ich bin also wieder losgezogen und habe Kollegen gefragt, was bei ihnen so klanglich am Start ist und was dabei rausgekommen ist, das erfahren wir jetzt. Bevor wir klanglich durchstarten, geht erstmal ein fettes Dankeschön raus an alle, die hier mitgemacht haben. Ihr findet wie immer alle Kanäle in der Videobeschreibung verlinkt, lasst dort also gerne mal etwas Liebe und Supporter. Meinen Lautsprecher gibt es am Ende des Videos, jetzt aber erstmal viel Spaß. Hi, wahrscheinlich teste ich nicht ganz so viele Audioprodukte wie Marc aktuell, aber in der Vergangenheit kam doch so einiges zusammen und in dem großen, riesigen Dschungel der Bluetooth-Lautsprecher habe ich mich jetzt hier für meinen liebsten, noch tragbaren Bluetooth-Lautsprecher entschieden und zwar den Teufel Boomster 2021. Dieser mobile Lautsprecher ist zum einen was für die Gartenpartys, wo es plötzlich anfängt zu regnen oder aber auch fürs Badezimmer, wo man sich glaube ich freut, dass man so ein Klangmonster stimmlich als Begleitung beim Singen unter der Dusche hat. Klangmonster? Ja, auf jeden Fall ein Klangmonster im positiven Sinne. Für meine Ohren ist der Boomster für jedes Genre gut geeignet und daher auch perfekt, um Radio abzuspielen. Sei es DAP Plus oder auch das altbekannte UKW-Radio können wir hier mit empfangen. Bei der Soundwiedergabe wurde an einen klaren Sound gedacht von Teufel und aber auch an einen ordentlichen Druck, denn dieser wurde bei den Tiefen auch nicht vergessen. All das und noch ein bisschen mehr habt ihr bei dieser für mich richtig guten kompakten Größe. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Also der kraftvolle Sound kann hier wiedergegeben werden. Mit 3,75 Kilogramm könnt ihr den Teufel Boomster auch noch easy mit einer Hand mitnehmen und er wiegt deswegen unter anderem auch so viel, weil dort ein 7500 mAh großer Akku verbaut ist. 18 Stunden kommt ihr damit auf jeden Fall hin, je nach Lautstärke natürlich. Jetzt aber noch ein großes Dankeschön an Marc für diese Einladung und ich freue mich auf die nächsten Geheimtipps hier in diesem Video. Als mobilen Lautsprecher nutze ich die Sonos Roam. Und als Sonos Nutzer ist es ganz praktisch, die im Alltag als Badezimmer-Lautsprecher benutzen zu können, weil der eben auch spritzwassergeschützt ist und ich ihn dann aber bei Bedarf mit auf die Terrasse, in den Garten oder in den Urlaub nehmen kann. Das ist zumindest meine aspirative Antwort. Alles davon ist durchaus schon mal vorgekommen, aber ich benutze mobile Lautsprecher tatsächlich relativ wenig und wenn, dann benutze ich die Roam in der Hauptsache, weil es von den mobilen Lautsprechern, die mir zum Testen zur Verfügung gestellt wurden, der ist, der am kleinsten ist und gleichzeitig am besten klingt. Ich führe aber wahrscheinlich einfach ein Leben, das zu viel zu Hause stattfindet, als dass ich das so wirklich richtig brauchen würde im engeren Sinne. Aber wo ich gerade hier bin und wir beim Thema sind, wenn einer von euch diese mobilen Boxen beim Fahrradfahren benutzt, um die Umgebung zu beschallen, hagelt es in Zukunft Backpfeifen. Meine Lautsprecher, die ich zu Hause benutze, sind tatsächlich Bluetooth-fähig, aber werden so eigentlich gar nicht eingesetzt. Ich komme tatsächlich nicht so weit rum, um wirklich eine Bluetooth-Lautsprecher zu nutzen. Die Nubox A125 hatte ich bei uns auf dem Hauptkanal damals schon mal mit vorgestellt, sind aktiv betriebene Regallautsprecher in der Größe, die mit 40 Watt pro Lautsprecher, also insgesamt 80 Watt zusammen oder maximal 160 Watt, dann einen sehr guten Klang plus ziemlich viel Tiefgang rausballern können. Haben genügend Anschlussmöglichkeiten von H&M-E, Optisch, Koexal und sogar noch einen Subwoofer-Ausgang. Wobei ich muss sagen, da der Bass schon sehr gut ist, braucht man da tatsächlich gar keinen Subwoofer. Und wenn man das bei mir an meinem Fernsehsetup im Wohnzimmer sieht, denkt man sich so, die kleinen Dinger, die sind ja ganz niedlich, aber da kommt wirklich vernünftig großer Klang bei raus und man denkt, da steht eher so ein Standlautsprecher von der Höhe und von der Breite, der in den Raum reinballert, weil die Lautstärke sehr hoch ist für so ein kleines, aktiv betriebenes System. Und das hat mich seit dem Test quasi immer begleitet. Ich finde die fantastisch, die machen mega viel Spaß und mit der Ausgangsleistung, die ich da bekomme, plus Anschlussmöglichkeiten und eben der Bluetooth-Kopplung, dann kann man da auch mal ein Smartphone mit ranballern und wenn ich da auf dem Laufband bin und Musik höre zum Beispiel, lasse ich da ein bisschen was droppen und mir machen die Dinger wahnsinnig viel Spaß. Vielleicht habt ihr das Video auch schon gesehen, vielleicht habt ihr die auch, schreibt sie in die Kommentare. Wir freuen uns über Feedback. Hey, ich bin Valentin Möller und der mobile Bluetooth-Lautsprecher meiner Wahl ist der Teufel Rockstar Go. Ich meine, ich höre nicht so viel Musik mit mobilen Bluetooth-Lautsprechern, sondern am liebsten eigentlich mit meinen KAK Rocket RP5G4, die auch hier gerade quasi hinter euch stehen. Aber wenn das mal nicht geht, dann meistens mit dem hier. Und das hat mehrere Gründe. Also hauptsächlich nutze ich den mobilen Bluetooth-Lautsprecher, um mit meinem Sohnemann Kindermusik zu hören. Und wenn dann hier halt mal der durch die Gegend fliegt das macht eben nicht viel aus. Wenn hier drüber Apfelsaft ausgekippt wird, IPX7 wasserdicht oder wenn er auch mal in den Pool fliegt, das hält der aus. Dazu hat er eine gute Akkulaufzeit. Und das ist alles, was ich von einem mobilen Bluetooth-Lautsprecher brauche. Deswegen ist der dann immer mit dabei. Hey, ich bin der Joma vom Kanal MajorTech und ich habe mir einen ganz kleinen Speaker für unterwegs ausgesucht, der mein Lieblingsspeaker ist. Die Soundbox Go. So, ja, die kann man auf jeden Fall noch relativ gut mitnehmen. Die 3er, die war schon ziemlich schwer, aber die Go, die wiegt etwas über 9 Kilo. Und ja, mit dem Tragegurt geht das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, gerade vom Design, also vom Optischen, gefällt mir der Speaker richtig gut. Ich mag diesen robusten Look und ja, den kann man einfach mal unterwegs mit dem an Strand, an See oder irgendwie, wenn man mit ein paar Freunden unterwegs ist, da hat man dann auf jeden Fall die nötige Stimmung mit dem Speaker. Er ist ordentlich laut und da kann man auf jeden Fall einiges mitbescheiden und man kann natürlich auch, wenn man mehrere von den Soundbox-Speakern hat, diese über die App koppeln und hat dann noch ein größeres Spektrum. Ja, das ist auf jeden Fall für mich ein richtig cooler Speaker für den Sommer. Alright, das waren die Bluetooth-Lautsprecher meiner Kollegen und da waren ja schon so einige Modelle vertreten. Welchen Lautsprecher ich am meisten nutze, das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten, weil hier immer extrem viele rumstehen und ich auch fast immer welche im Test habe. Aber dennoch habe ich natürlich auch meine privaten Favoriten und dazu gehört aktuell der Hyperboom von Ultimate Ears. Seitdem ich das Teil vom großen Partybox-Video hier bei mir stehen habe, ist es jetzt im Sommer fast immer mit draußen gewesen. Egal ob beim Grillen, am Pool oder beim Feierabendbierchen, die Hyperboom liefert ab. Die Lautstärketasten an der Oberseite sind riesengroß und lassen sich, wenn es dazu kommt, auch noch mit 2 Promille auf dem Kessel treffen. Eben dann, wenn man den Pegel aufreißen und dem eigenen anfassen will. Klanglich geht das Teil dann mehr ab, als man anhand der Größe es denken würde. Da die Treiber versetzt verbaut sind, strahlt die Hyperboom auch sehr schön breit ab. Auch das finde ich draußen ziemlich nice. Der Bass geht dabei ebenfalls gut zur Sache und kommt mit 45 Hertz auch recht tief runter. Sie wiegt knappe 6 Kilo und passt ohne Probleme auch noch in einen Rucksack, wenn man sie mal zum Treffen oder so transportieren muss. Durch den Gummigriff kann man sie aber auch so sehr gut tragen, umstellen oder was auch immer. Dazu ist die Hyperboom auch gegen Spritzwasser geschützt. Auch das finde ich sehr wichtig. Der Akku hält gefühlt fast ewig. Angegeben ist er mit bis zu 24 Stunden und damit hält das Teil auf jeden Fall länger durch als ich. Welches Teil ich ebenfalls noch immer feier, ist die JBL Flip 6, die einfach für ihre Größe einen enorm geilen Klang raushaut. Sie ist dabei so klein und kompakt, dass sie überall dabei sein kann und man so auch unterwegs auf dem Fahrrad Musik hören kann. Aber Vorsicht, wenn ihr dabei auf Andreas trefft, dann gibt es eine Bandspenzer-Schelle. Spaß beiseite, Freunde. Die Flip 6 ist tatsächlich einer meiner liebsten kompakten Lautsprecher, gerade weil sie hier klanglich beim aktuellen Flip-Modell echt einiges getan hat und man per EQ den Klang auch selbst noch anpassen kann. Damit sind wir am Ende angekommen. Lasst auf jeden Fall mal in den Kommis da, welche Lautsprecher ihr so benutzt. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.